ein alle leute und herzlich willkommen zurück LR es geht weiter und weiß immer nie von wo diese blöden Vögel kommen das letzte mal haben wir gesehen dass Barry und Sarah mit dem Hubschrauber abgestürzt sind weil hunderte schwarze Schattenvögel in den Roter gekracht sind und ja wir gucken jetzt nach ob sie beiden das überlebt haben oder nicht die Krass-Site sieht schlecht aus, aber so weit wie ich konnte, war das Schraube empty alles klar, das Wrack ist leer, das ist schon mal ein gutes Zeichen eine Leuchtfacke liegt einfach so im hohen Gras Sarah und Barry finden der well lit room, da müssten wir sowieso hin vielleicht sind sie auch denselben Weg gegangen, ich weiß es nicht vorne ist der Stadler ey antwortet mir antwortet mir antwortet mir Kanaten? Ne, aber nicht wenig. Ja, das Jagdpferd, das sieht doch mächtiger, als die Tanken. Das ist aber um einiges langsam. Ich bekomme die ganze Zeit, was ans Essen steht. So, jetzt ist aber Ruhe. Wir waren bereit, wie Butch Cassidy und der Sundance-Kid zu machen. Ich habe ein anderes Ende in mir. Ja, ich bin gut. Danke, dass du das gefragt hast. Ich wusste, dass du dir alles gut bist. Wie war das? Das flammende Augen von Mordor? Ja, schau dich, lustig, Mann. Haben wir irgendwo zu gehen? Weaver wird uns in der Damme treffen. Ah ja, das flammende Auge von Mordor auf Barry's Stirn. Man ist eh schon wie Superman, dann kann nicht eh nichts mehr passieren. Nee, hier ist nix. Vorne ist wieder in der Notfallkiste. Okay, wir müssen zum Aufzug. Und es zieht schon wieder zusammen. Du kannst nicht ein guter Kampf sein. Was zur Hölle ist das Ding? Es ist überall. Oh, schade, es ist mehr als einer. Niemand bewegt so, es ist unmöglich. Ja, was soll ich denn mit dem machen, hä? Er ist zu schnell, ich kann nicht einen Schuss bekommen. Ja, so geht doch. Schnellt euch doch nicht so an, Leute. Oh mein Gott, der ist zu schnell. Ich weiß es nicht, Barry. Ja, ja, zack, alle tot. Das ist meistens immer so. Oh, Thermosflasche. Oh, super. Ich höre schon die ganze Zeit irgendwas rumkriechen im Walde. Ach, komm, Aufzug schneller. Ich sehe, dass sie kommen, Sarah, Barry. Ich weiß es. Was wollte ich von mir? Mehr als Ballern kann ich nicht. Ja, tut's, als wäre ich ja der Experte oder so. Warum dreht sich da immer die Kamera so geschissen? Halt durch, Ellen, halt durch. Das ist alles, was ich von dir führe. Ja, kein Danke, kein Gut gemacht. Gut, dass wir dich haben. Nichts. Halt einfach durch, Ellen. Ist okay. Rein hier, rein hier, rein hier. Ähm, Sarah, wenn du Zeit hast. Geh rein! Das ist ein Louch, aber ich kann dir in Fancy. Sehr überzeugend, Ellen. Er war echt. Da vorne sehe ich Licht. Ach, jetzt sollen wir vorsichtig sein. Boah, nächstes Mal, nächstes Mal mache ich woanders Urlaub. Ja, genau, dass ihr rein könnt. Ich kann dann einen anderen Weg suchen, oder was? Stell was drunter, eine Kiste oder so. Das ist so cool. Das ist so cool. Das war so klar, oder? Ah, so ein Zyper, dass ich gerade hier nebenstehe. Ja, riesige Kabeltrommeln ins Gesicht. Das ist okay. Mehr kann man hier machen, oder? Oh Gott, nochmal nochmal, das gibt's halt hier. Sands Schuhkartoff. Thomas Zane knew he had to remove all that had made this horror possible, including himself. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed, and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So, even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his store in a shoebox would remain. Warum muss dieser hell erleuchtete Raum eigentlich so weit weg sein? Warum eigentlich? Wow. Ach komm, das ist ja gemein. Vögel! Man hat aber auch wirklich keine Sekunde Ruhe. Ihr könnt mich mal, ich klette jetzt hier die Leiter hoch, ja? Einfach, weil ich's kann. Alles klar, alles klar, alles klar. Vision kann ein Hobby oder ein Job sein. Ach nee, oder? Füße, ich komme gar nicht so weit drüber. Brenne, Ketzer. Haha, das ist gut. Müssen wir aufpassen, dass die Lampe nicht zu heiß wird. So etwa. Na, wo sind sie denn alle? Was ist das? Nee, nach rechts kommt noch einer. Da vorne ist auch noch einer. Da kommt ein Auto geflogen. Danke, dass du mir einen Weg geebnet hast. Im Dunkeln fliehen. Ahahaha. Aufmerksamkeit, Autos. Leck mich. Du alte, kranke Schachtel. Nein, 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 nein. Boah, stressig. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Haha. Stahlträger. Ja, genau. Aber die Frau trifft nicht wirklich. Ist das lauer auf dem Ohr. Nein. Ich dachte, ich hätte, ob so ein Stahlträger noch stehen können. Aber anscheinend doch nicht. Ich kann da einfach mal so ein Auto angeflogen von hinten, ne? Noch viel schlimmer kann sie nicht kommen, glaube ich. Ah ja, sie hat noch genug. Genug Sachen zum Werfen. Solange sie nicht wieder ein Haus machen wird, ist eigentlich alles okay, würde ich sagen. Okay, ich sag lieber nix. Wollte gerade sagen, das haben wir gut überstanden. Dann klatscht ein Auto runter. Au, 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 au. Ja, ich bin auf dem Weg, Leute. Es ist nicht so einfach. Boah, Cynthia, drück auf den Knopf. Alter, bist du bescheuert, hey. 55.000 Sachen an mir. Sei still, Barry, du willst doch überleben, oder? Besser, besser ist deine Weihnachtsbeleuchtung hier um die Schulter. Gute Frau weiß, was sie will. Auch nicht schlecht. Sie nimmt sich einfach, was sie will. Ha. Ja. 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 Dann werde ich nicht mehr Gedanken über den Raum beschäftigen, denn 6, 33 und 118 brauchen bald zu verändern und ich will nicht auf die Ladder um sie zu verändern, denn es ist sehr late und ich bin Müll und wenn du es nimmst, dann werde ich das nicht mehr tun. Die Bibel war autobiografisch. Eine Erinnerung von meiner Kindheit. Aber ich habe es nicht geschrieben. Es war eine Bibel geschrieben von Thomas Zane. Kein von ihnen muss noch mehr existieren. Allen, sieben Jahre alt, würde schlafen zu dem Bitter Ende. Als er schlafen hat, er schnell wuchs, schlägt die Nachtmärkte in seinem Geist. Eine Nacht, seine Mutter, in seinem Bett, ihm eine alte Lichtwache. Sie nannte es, der Klicker. Und die Klicker schlägt die Lichtwache, würde ein magischer Licht, die die Geist entfernen würde. Um den Talisman mit allen möglichen Kraft zu verhindern, sie hat sie gegeben von Allen's Vater. Allen nie wusste ihn. Allen nie wusste ihn. Und alles von ihm, in seinem Leben, in seinem Geist. Mit dem Klicker firm in seiner Hand, Allen, endlich, schlafen wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, Allen hat das gedacht. Als er stand auf dem Kaldren Lake auf dem Klicker in seiner Hand ist, er hat einen tiefen Geist und schlafen. Mein Geist schlägt. Ich hatte den Klicker zu Alice, aber es war hier. Zane hat es geschrieben in der Existenz, in einer Geschichte, die ich geschrieben habe. Ich bin jetzt. Ich kann ihn jetzt. Ich kann das zu Ende. Ich kann das zu Ende. Ich kann das zu Ende. Ende von Folge 5 Ja, es wird immer, immer, immer spannender hier bei Allen Wake. Und ich denke mal, dass Episode 6 dann die letzte Episode sein wird, nachdem Allen gesagt hat, er kann es endlich beenden. Wie die ganze Sache ausgeht, ob wir Alice finden, was mit unseren Helden passiert, erfahrt ihr in den nächsten Folgen von Allen Wake. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie immer, so long.